Servus und hallo, dass der Traditionsmesserhersteller Puma Ahnung vom Messer machen hat. Das sollte jedem bekannt sein. Schließlich gibt es Puma schon seit über 250 Jahren. Heute möchte ich euch ein Jagdmesser von den Solingen vorstellen, das es mir besonders angetan hat. Und zwar geht es um das Modell Tucson aus der Puma Bowie Reihe. Das Messer zeigt sich in einem klaren und edlen Design. Die Griffschalen bestehen aus Packerholz, also aus imprägnierten Holzfurnieren, die geschichtet verpresst werden und bei dem durch die Formgebung des jeweiligen Griffes interessante Holzzeichnungen entstehen. Packerholz weist von der Beschaffenheit her eine starke Festigkeit sowie eine hohe Wasser- und Wetterbeständigkeit auf. Knebel und Nieten sind aus Aluminium gefertigt. Die Griffform lässt das Messer gut in der Hand liegen und man hat beim Gebrauch ein sicheres und präzises Führungsgefühl. Der Schwerpunkt ist ideal austariert. Die Bowie Klinge, die bereits im Wilden Westen von Soldaten und Büffeljägern benutzt wurde, ist 16,5 cm lang, 4 mm stark und ca. 30 mm hoch. Sie ist aus rostfreiem 1.4125er Chromstahl, auch 440C Stahl genannt, gefertigt und wird vom Hersteller mit einem Härtegrad aus der Rockwell-Skala von 57 bis 60 HRC, in Englisch HRC, angegeben. Das H steht für Hardness, das R steht für Rockwell und das C für Cone, also den Kegel, der bei der Härteprüfung benutzt wurde. Dass ein Messer geprüft wurde, sieht man übrigens an einem minimalen Punkt auf der Klinge. Mit diesem Härtegrad ist das Messer universell einsetzbar, also z.B. zum Abfangen, zum Aufbrechen von großen bis starken Wild oder ganz einfach als Brotzeitmesser. Das Made in Germany gefertigte Tucson hat ein Gewicht von knapp über 200 Gramm. Mit im Lieferumfang ist auch eine hochwertige Räderscheide, die eine Gürtelschlaufe besitzt und zum besseren Halt zusätzlich über eine Schnürung am Bein befestigt werden kann. Eine Schlaufe mit Druckknopf, die den Knebel umschließt, sorgt dafür, dass das Messer nicht ungewollt aus der Scheide rutschen kann. Ja, das war es schon wieder von mir zum Puma Tucson Bowie Messer und ich sage dann Tschau, bis zum nächsten Mal.